Die Volta-Säule. Volta schichtet Kupfermünzen und Zinkplättchen abwechselnd aufeinander und trennt diese durch eine in Salzwasser getränkte Lederscheibe. Als er die Enden der Voltaschen Säule mit einem Draht und seiner Hand zu einem Kreislauf verbindet, fließt elektrischer Strom. Damit hat Volta die erste Batterie erfunden. Aber wie funktioniert sie? Welche Vorgänge spielen sich in seiner Voltaschen Säule ab? In einer Batterie wird chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Es existieren zwei Kammern, die durch eine poröse Membran voneinander getrennt sind. In einer Kammer befindet sich die Zinkelektrode, in der anderen eine Kupferelektrode. Die Funktion der Batterie beruht auf der unterschiedlichen chemischen Reaktion der Metalle. Die Zinkelektrode gibt Ionen an die Lösung ab. Durch die nun fehlenden positiven Ladungsträger wird die Elektrode negativ geladen. In der Kupferzelle erfolgt ein vergleichbarer Vorgang, aber in einem wesentlich geringeren Maße. Denn die Oxidationsfähigkeit, also die Tendenz des Kupfers Elektronen abzugeben, ist geringer als bei Zink. Deshalb ist auch die negative Ladung wesentlich geringer als bei der Zinkelektrode. Werden die Elektroden nun mit einem Metalldraht verbunden, fließen die Elektronen über den Draht von der Zinkelektrode zur Kupferelektrode. Aber dieser Prozess hält nicht unendlich lange an, denn irgendwann enden die chemischen Prozesse in der Batterie. Immerhin, die Volta-Säule lässt elektrischen Strom zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum fließen. Dies ist der entscheidende Schritt zur weiteren Erforschung der Elektrizität. Nach fast einem Jahrzehnt rastloser Forscherarbeit hat Alessandro Volta sein Ziel endlich erreicht. Im Alter von 55 Jahren gibt er im Jahr 1800 in einem Brief an die Royal Society in London seine neue Erfindung bekannt. Die angesehene englische Forschungsgesellschaft verleiht Volta ihre höchste Auszeichnung, die Copley-Medaille, vergleichbar mit dem heutigen Nobelpreis. Im Jahr darauf reist Volta nach Paris, wo er Napoleon Bonaparte vor der Académie des Sciences, der Académie der Wissenschaften, seine Volta-Säule vorführt. Napoleon ist von der Erfindung begeistert. Er verleiht Volta eine Jahrespension und ernennt ihn zum Grafen und Senator des von Frankreich besetzten Italien. 1815 wird Volta Direktor der Philosophischen Fakultät in Pavia. Vier Jahre später zieht er sich nach Como zurück. Dort stirbt er am 5. März 1827 im Alter von 82 Jahren. Über 50 Jahre später, von August bis November 1881, findet im Palais de l'Industrie in Paris der erste elektrische Weltkongress statt. Es werden technische Neuerungen vorgestellt, wie die elektrische Straßenbahn von Siemens oder ein Beleuchtungssystem mit Glühbirnen von Edison. Vor allem aber beschäftigen sich die Teilnehmer mit der Vereinheitlichung der elektrischen Größen. Voltas Leistung wird dadurch geehrt, dass eine physikalische Größe nach ihm benannt wird. Der elektrische Weltkongress wählt für die bis heute gültige Einheit der elektrischen Spannung die Bezeichnung Volt. Alessandro Graf Volta wird im 19. Jahrhundert als der Begründer eines neuen Zeitalters gesehen, des Zeitalters der Elektrizität. App x Untertitelung des ZDF, 2020